Guten Morgen, wir fahren heute mal eine schöne RTF, die Adler RTF, schön mit Christoph. Zitronentee ist genug da, kommt vorbei. Zitronentee ist genug da, kommt vorbei. Ja, meine Gartenhaube, habe ich aber vermietet. Zitronentee ist genug da, kommt vorbei. Zitronentee ist genug da, kommt vorbei. Ja, so, jetzt haben wir den 150er RTF hinter uns, jetzt gibt es Bratwurst, was Kühles zu trinken. War sehr schön, ne Christoph? Ja, prima. Schöner Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schöner Tag, bis zum nächsten Mal. Schöner Tag, bis zum nächsten Mal.